und willkommen zu einer weiteren folge der luchest für juni und da werden wir jetzt gleich mal entsprechend reinschauen nachdem ich das dann auch aufgemacht habe und kommt das ein bisschen unscharf vor aber ich glaube nicht mehr so den 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 deshalb mache ich auch schon mal auf weil wir uns hier nicht so lange aufhalten auch diesmal ein bisschen später das ist anders geklebt da muss ich aufpassen das ist anders geklebt kann auch sein dass ich mal vom sehe gerade meine augen gerade etwas merkwürdig sind dann schauen wir mal was da so ist juni 2023 inhalt der luchest und wirklich mal als erstes das t-shirt aber diesmal liegt das t-shirt nicht als erstes drauf sondern ein frisbee das ein bisschen dick ist das video sorry dafür wenn die webcams sind denkst ich habe gerade auch volle aufflösung das ist dementsprechend frisbee interessant für den sommer für einen wie mich der eigentlich nicht raus geht gibt es da draußen eigentlich irgendetwas gibt es dann menschen mit dem man spielen kann so dann schere ich erstmal weg dann haben wir jetzt die t-shirt was ja eigentlich immer als erstes passiert aber dann machen wir das da stoppt wirklich ein bisschen ne oh ja tatsächlich aber jetzt nachdem ich die aufnahme geprüft habe das war ja nicht gestockt beim nächsten video werde ich dann wieder die etwas niedrige auflösung nehmen äh was eigentlich nicht auffällt so ist aber nicht so schlimm man sieht ja trotzdem was es ist dementsprechend haben wir hier einmal das t-shirt das sieht wie schauen wir gleich hat eine konsole kleine handkonsole oder sowas gameboy weiß ich nicht keine ahnung ob das so ähnlich wie ein gameboy aus keine ahnung aber da war nicht so ganz ich würde sagen dass wir da einmal dann in das heftigen dann gucken das ist ein bisschen legger ist weil das ist nicht so schlimm lange man sieht was in der box ist wo dann ihr das seht langt das schon ist ja schon in ordnung so mal kurz das ist auf jeden fall verschwommen so ist auch nicht verschwommen also ist gut aber das leckige geschichte ich mache das nächste mal das video auflösung wieder runter so dann haben wir eine dragonball spar box das ist toll für diejenigen die noch bargeld nutzen ist das gut gedacht für mich nicht ich habe tatsächlich noch ganz viel 1 cent so geschichten die können die da rein tun das ist platzmäßig glaube ich sogar besser was ich jetzt habe es gibt doch noch ein bisschen was aber problem ist es gibt keinen ausgang für also wäre ich das wohl doch lassen würde ich keinen ausgang und das ding ist ja so dünn dass man das nicht rausstellen kann oder sowas also ich zeige das euch einmal hier mit ich drehe das einmal sieht so aus als ob ich ein green screen hätte oder sowas hier oben aber habe ich nicht ist mir schon das letzte mal schon aufgefallen im live stream also live wo ich die einstellung gemacht habe weil ich habe tatsächlich die belichtung nicht mehr automatisiert hat so eine schlechte qualität mit kriseln und so weiter verursacht teilweise und das sieht jetzt um einiges viel besser aus so dann eine extra tüte ein bisschen eingepackt interessant wird man sich sparen können das wird man wieder mal müll vermeidung hätte man machen können vermeidung von müll und wir haben eine quidditch hockwart taste taste genau eine tasse ist tatsächlich so ein so ein links hier drin ich packe das jetzt mal nicht aus aber dann seht ihr das wenigstens so was da so drauf ist 450 milliliter übrigens selten dass bei einer tasse milliliter milliliter angaben dabei sind aber die ist übrigens ziemlich schwer also die ist echt mehr die hat echt gewicht tatsächlich ist das ist das ist das größer als üblich warte mal ich habe hier zufälligerweise eine tasse noch von meinem kaffee tatsächlich oh ja okay die ist einiges größer als die ist übrigens auch eine aus der luchester und war von der plus geschichte das war plus dabei die ist tatsächlich größer dann sollte ich die zukünftig nehmen passt mehr kaffee rein so dann was haben wir hier jetzt noch flüsselband oder so nee das sind warte mal die haben vorne hier diese die schnürsenkel halt das dings das sind tatsächlich ähm so wie es aussieht wirklich schnürsenkel für die schuhe wenn man das richtig sorry für diesen leck was das angeht aber wie lange man sieht was das ist es ist tatsächlich äh steht bei marvis drauf ähm für die schuhe tatsächlich interessant bloß damit würde ich nicht rumlaufen so die vergessene geschichte der herr der ringe golum die postkarte spiegelt sich besser spiegelt guckt im wasser oder sowas ne so und ehrlich gesagt war es das tatsächlich schon das war nicht viel aber fast schon so okay t-shirt ist tatsächlich auf das gameboy ist auf gameboy bezogen was das äh t-shirt angeht tassel auch im normalen dabei ich habe ja die loot chest ähm plus dragonborn z ähm das auch im normalen dabei schnürsenkel habe ich ja richtig gesehen äh und das was in der plus drin ist zusätzlich okay das das ist tatsächlich das frisbee das ist tatsächlich das frisbee okay nicht so mein nicht so mein ding aber die tasse ja die ist schon groß und so ne Zum spannenden Quidditch-Spiel darf die Tasse Butter-Bier nicht fehlen. Die Spardose, alles safe. Die Spardose lässt sich nur mit dem Dosenöffner oder Kamehamehaar öffnen. Ich gucke ein Drenkwort-Set, also weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Keine Ahnung, in welchem Zusammenhang dieses komische Wort bedeutet. Aber wenn ihr es wisst, Comments unten reinschreiben. Äh, genau. So. Ja, das war es auch schon wieder. Das ging relativ fix, weil nicht so viel tatsächlich an Kleinkram, also Kleinkram halt nicht so viel drin ist. Ähm, und somit sind wir auch schon durch. Deshalb danke ich dann für mein Zuschauen. Das war die LUTCHEST für Juni 2023. Und ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der LUTCHEST. Und bis dahin, besucht auch gerne mal meinen Twitch-Kanal. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Twitch-Kanal Sofa-Player. Und könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ähm, übrigens mal nicht regelmäßig, nicht unbedingt regelmäßig, aber ich versuche es so gut wie möglich. Äh, aber, mal schauen. Dementsprechend, ähm, zwischenzeitlich bis zum nächsten Mal. Und danke für zugucken. Lasst gerne ein Like da, ähm, und gerne einen Abo-Button klicken. Und so, das würde mich freuen. Und dann gerne auch in Kommentare reinschreiben, falls ihr auch die LUTCHEST habt oder so, wie euch das der Inhalt so gefallen hat. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und Bye Bye.